Ich unterrichte im Management oder hauptsächlich im Management und ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich sehr authentisch, ich selber sehr authentisch bin bei den Studierenden und dass das, was ich lebe, nämlich die Begeisterung, Menschen besser zu machen, dass ich das auf die Studierenden übertragen will, das erwarte ich eigentlich von Führungspersonen. Die Lust und die Leidenschaft, sich mit Menschen abzugeben, Menschen besser zu machen in dem, was sie können, dass sie noch besser werden. Ich glaube, das ist so das Zentrale, was ich gern mitgeben will und ich hoffe immer, dass man das in meinem Unterricht mitbekommt, durch das, wie ich mit den Studierenden umgehe. Also aufgrund der Tatsache, dass die Studierenden neben ihrem Beruf und dem Familienleben, was sie haben, noch studieren, ist eigentlich schon Engagement genug. Und ansonsten bringen sich die Studierenden, davon lebt mein Unterricht, in immer besonderer Weise ein. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre ich nicht so gut. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre ich nicht so.